Das kann dann wirklich nur hier äh... Eine ganz kleine Runde wären... Stahlachterbahn rasende Maus hat es jetzt auch erreicht. Unseren Park. Und die Bahn heißt einfach... Drei. Sieht aus wie eine Drei. Das ist einfach Drei. Ehererweise müssen wir noch drei Mark Eintritt machen. Aber ich mache mal 50 Pfennig, weil ich glaube viele Leute wollen mit dem Ding eh nicht fahren. Dann haben wir wenigstens drei Wagen am Start. Ne, bloß zwei. So, zack, eröffnen. Gucken, ob Leute hier... Ja, da fahren sogar Leute mit. Ich gehe krachen. Fahrende ernsthaft Leute mit. Ich glaube es nicht. Besuch äußerst nicht, der Eintrittspreis ist günstig. Denkt dran, ich muss meine Schuld nur nochmal zurückbezahlen. Und wir kriegen die Auszeichnung mit dem höchsten Besuchswert. Der Park. Sehr schön. Na gut, Preiserhöhung. Na komm. Wir müssen hier... Wir müssen hier... Da leiden wir so schnell gerne die 5 dort weg. Oh, da habe ich gepennt. Sehr stark schwankende Preise gerade hier am Park. So, jetzt aber. So, wie ist jetzt die nächste Stelle eigentlich? Das ist hier hinten der ganze Bereich. Und da jetzt erstmal hinzukommen... Eieiei. Ich müsste mal das Ganze hier kaufen. Erstmal schöne Holzachter bauen durch die Stadtzimmern. Und das wäre irgendwie witzig. Aber die Frage ist bloß, wie man dort hinkommen will. Ich muss jetzt irgendwie hier hinkommen. Ich orientiere mich jetzt mal hier an diesem Hintergartenweg. Also jetzt werden auch die Leute belästigt, die hier in den Gärten sitzen mit Besuren. Hier wäre jetzt eine Stelle, wo man eine Kleinigkeit hinstellen könnte. Steuern wir das mal an. Das ist fast schon absurd hier, wie die Einteilung von... Achso. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich hier jetzt... Da stehen Häuser. Da muss der auch erstmal jetzt hinkommen. Eieiei. Müssen wir wahrscheinlich hier außenrum bauen. Den Weg nehmen. Ach, was habe ich das hier? Na komm, jetzt kaufe ich mir das hier komplett, damit das hier nicht so aussieht wie Kraut und Rüben. So, hier könnte man rumkommen. Und hier, was man dort da rein stellt... Ich habe keine Ahnung. Aber wir wollen erstmal den Weg dorthin. Ist das der hier? Ne, der müsste das sein. Ne, doch der. Ja. Stehen da jetzt ernsthaft Bäume? Guck mal, ich habe das Land noch gar nicht gekauft hier. Das sollte man natürlich auch noch machen. Das heißt, ich muss das jetzt mitkaufen, wenn ich da die Anbindung hinbekommen will von dem Gebiet hier. So. Hier haben sie schon wieder. Hier ist schon wieder eine Lücke drin. Es ist doch einfach nur zum... Warum. Einfach nur warum. Weißt du was? Dann kommt hier einfach die Wildwasserbahn rein. Die macht dann einfach hier rüber. Macht hier ein bisschen Action. Startet hier. Und fertig. Ganz einfach. Dann mache ich mich jetzt hier nicht irgendwie äh... Dings bei links. Das ist natürlich schön, wenn du die Einstellung mal so lassen könntest hier mit Kamussellist-Effekt. Ja, die Bewohner von dem Ort, die freuen sich, dass hier so viele Leute kommen. Das sind sozusagen Pilger, möchte ich mal sagen. So komme ich jetzt hier drauf. Das scheitert jetzt an den hier. So, da soll es aber jetzt nicht dran scheitern. Die Wege hier, die kommen weg. Die stören nämlich nur... Es ist natürlich dumm, dass hier das Ding ist. Das versaut jetzt irgendwie alles so ein bisschen. Guck mal, das haben die sogar an die Wege angekettelt. Nicht, dass die Leute jetzt hier in den Häusern... Na gut, werden sie sowieso schon belästigt werden. Ich könnte eigentlich noch ein paar Schulden zurückbezahlen. So, hier kommt jetzt die Baumstammrutsche hin. Mal gucken. Kann ich hier noch kaufen oder... Gut, ich habe das ganze Land hier an der Stelle. Das heißt, ich könnte auch so eine Runde bauen, die dann hier irgendwie lang geht. Das wird auch funktionieren. Okay. 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 Geht das? Nee, das gehört mir nicht. Kann ich auch nicht kaufen. Oder muss ich jetzt irgendwie dann über die Häuser sogar drüber? so. Das ist jetzt natürlich spannend. Lass mal durch die Häuser durchglitschen. Achso, da wird mir vielleicht nichts anderes übrig bleiben, als... hier drüber hinaus zu bauen und dann irgendwie... Jetzt kommen wir an diese blöden Bäume. Ah, das ist ja hier wieder eine... Na gut, ich könnte jetzt natürlich... Ja gut, dann ist es halt so hier. Hauptsache, die haben jetzt ihre Wildwasserbahn, die auch nochmal ein bisschen Geld bringt. Da können wir eine Werbekampagne dafür machen. Eingang, Ausgang... Na, das habe ich ja glaube ich hier rüben den Weg jetzt hier hin verbaut, oder? Ah nee, da könnte ich natürlich hochbauen. Nee, da würde ich noch nicht anbinden. Das ist die Stadtbewässerung... Nee, Entwässerung müsste man es eigentlich nennen. Da würde ich mal lockerflockig 3DM nehmen. Achso, da habe ich natürlich keine Wartezeit eingestellt. Da haben wir 20 Sekunden, keine Ahnung ob das hinkommt. Die Hilfskraft, die das jetzt hier sauber hält. Den Bereich... Ja, die kriegt gleich noch den Weg hier mit. So ein Stück. Und für den restlichen Weg gibt es eine neue. Weil das ist ja schon ein langer Weg hier. Da müssen die leider noch ein bisschen effizient zum Einsatz kommen. Dann gibt es hier noch einen Mechaniker. Der das hier macht. Und dann müssen wir eigentlich hier unten noch irgendwas reinstellen. Achso, ich könnte aber erstmal speichern jetzt. Nicht, dass ich das hier vergesse. Das wäre nämlich blöd dann. So. Ich würde sagen, wir brauchen erstmal wieder eine Werbekampagne raus. Freie Fahrt auf Stadtbewässerung. Das ist ein ganz schön langer Weg dorthin, ne? Also... Regnen tut es ja auch nicht. Gutscheine für Pommes Fritz. Hallo. Jetzt. Werbekampagne für den Park. Werbekampagne für drei. Das war auch eine total absurde Attraktion. Aber... So. Können wir jetzt hier unten noch irgendwas reinstellen? Eine runde... Achso. Hm. Eine runde Tretbahn. Eine runde Fahrradbahn. Ich glaube, da müsste ich die erhöht starten, damit ich hier rumkomme. Dann probieren wir es auch mal aus hier. Ich glaube, die kann nur hier sch... Äh ne, warte mal. Die könnte auch... Achso, da habe ich natürlich das Problem, dass ich dann hier nicht drunter komme. So. Dann probieren wir es trotzdem mal aus. Ob wir hier eine runde... Äh... Zusammenkommen. Warte mal. Ein und Ausgang kann ja dann hier sein. Geht das? Nee, das ist nicht mein Gelände. Dann wäre es halt bloß eine kurze Fahrradbahn. Da sind wir ja auch nicht so überansprucht.